Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich möchte euch begrüßen zu einem neuen Video und zwar diesmal wieder eine Vorstellung und gleichzeitig ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich, wartet, ich muss da mal den Tab wechseln, da seht ihr das von Easy Use Data Recovery Wizard Professional 11.6 gerade zur Verfügung gestellt bekommen und haben sie gefragt, ob ich da ja ein Video machen wollen würde. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich ein Video, wie sieht es denn aus mit Codes für meine Abonnenten zum Verlosen als Dankeschön. Und da haben sie mir nicht nur einen Code, nicht drei Codes, nicht fünf Codes, sondern zehn Codes zur Verfügung gestellt, die ich hier in diesem Video auch gleichzeitig mit verlosen werde. Was ihr machen müsst, abonnieren, Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben. Wichtig, Kommentar. Ja, und dann los ich da in, ich denke mal, das werde ich nach dem Krankenhaus machen, also habe da Zeit bis kurz nach dem 24. Ich weiß nicht, wann ich aus dem Krankenhaus wiederkomme, aber ich denke mal, Ende diesem Monat werde ich dann die Verlosung machen und werde dann ein Video machen, wo ich dann sage, wer alle gewonnen hat. Also müsstet da auch dafür sorgen, dass man sich kommunizieren kann, dass ich euch schreiben kann. Also guckt ab und zu bei Facebook nach, ich schreibe dann unter dem Video, ey, du hast gewonnen oder, ja, und dann müsstet da mir eine E-Mail schreiben, damit ich euch den Codes schicken kann, damit nicht die anderen das alle sehen, weil sonst aktiviert den vielleicht in der Vorjahr und dann habt ihr keinen Code. So, aber nichtsdestotrotz, um dieses Programm geht es jetzt hier. Ich zeige euch mal, wie teuer das wäre, wenn man das kaufen würde. So, und zwar 79,36 Euro kostet das, wenn man hier mit Paypal macht, Kreditkartennummer und sowas alles. So, kostet eigentlich 101,09 Euro und ist jetzt gerade runtergesetzt und das könnt ihr bei mir halt sozusagen sparen. Wenn ihr dann gewonnen habt, dann müsst ihr hier auf Testversion gehen, den Link werde ich euch natürlich noch drunter packen. Und das einfach speichern hier. So, das habe ich natürlich schon gemacht. Und dann machen wir mal hier. Na, wartet mal, ich muss hier den Ordner erstmal aufrufen. So, jetzt ist er da. Das habe ich natürlich schon gemacht und habe dann, wird auch gleich gesagt, kaufen oder was willst du oben aktivieren oder kaufen. Dann geht da rechts oben auf diesen Kauflink. Das werde ich euch auch mal zeigen. So, und zwar ist das jetzt hier das Programm. Das habe ich schon gestartet. Und wenn ihr das erste Mal startet, dann sieht das jetzt nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Dann habt ihr hier oben nämlich noch aktivieren und kaufen. Ich habe sie ja schon aktiviert. Ich habe hier auch meine SD-Karte. Warte mal, so machen, dass ihr das sehen könnt. Hier ist meine SD-Karte. Da ist jetzt kein Platz verfügbar. Hier habe ich schon gelöscht. Das ist meine SD-Karte, mit der ich meine Videos immer mache. Also praktisch nicht meine Videos mache. Das ist die SD-Karte, die in meiner Webcam drin ist. So, jetzt sehe ich gerade, hier habe ich ja einen Fehler gemacht. Das muss nach unten, so, dass ihr mich hier sehen könnt. So, und dann gehen wir hier einfach drauf, aktivieren das und sagen Scannen. Und jetzt scannt ihr das und ihr seht hier schon, dass ihr Haufen Zeug findet. Ist das auch F? Ja, das ist F. Und. Achso, der ist noch dabei, die Tiefsuche zu machen. Hier seht ihr gerade den Balken. Aber der hat hier schon einige Sachen gefunden. Den Privatordner hat er gefunden. Der wird von meinem Handy automatisch, ach, von meiner Webcam, von meiner Webcam, von der Kamera, hier, hier, zeige ich euch, ja, diese hier, von Sony, da die ist es. Und da ist hier praktisch dann der SD-Karten-Slot, da. Und der, die Kamera legt dann ihre eigenen Ordner an, Stream, wo halt noch Unterordner sind, dann Privat und da sind dann halt Dateien drin, die für das Video zuständig sind. Und den hat er jetzt hier schon hergestellt. Da ist AVC, ne, Privat ist der Oberordner, dann kommt AVCHD, also das ist für das Videoformat, mit dem der aufnimmt. Dann kommt BD, so. Und dann gehe ich hier auf Playlist und da seht ihr hier schon zwei Videos, konnte ich schon, äh, konnte er schon wieder herstellen. Also findet da, die kann er auch wieder herstellen. Und dann haben wir noch Clip, hier sind dann halt Dateien, so. Und dann haben wir hier noch einzelne Sachen, da gucken wir mal, was das ist. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, hier ist überall nichts drin und hier ist auch nichts drin. Aber hier hat er 81 Sachen schon gefunden und der ist immer noch dabei, die Tiefensuche zu machen. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier wirklich mal kurz eine Pause, lassen den mal die Tiefensuche beenden und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Und dann am Ende erzähle ich halt dann nochmal was, wie mir das gefallen hat und so. Wie gesagt, ich bin jetzt das erste Mal mit dieser Software dabei, das gerade mich damit zu beschäftigen. Also ich habe es vorher nicht genutzt, ich habe es eben erst auch installiert. So, dann mache ich hier mal kurz Pause. So, und da sind wir auch schon wieder. Und wie ihr seht, äh, das ist jetzt fertig und hier werden jetzt Sachen angezeigt. Gut, jetzt natürlich nicht mehr. Und jetzt sagt er uns hier 181 Daten, 25,20 Gigabyte gefunden, 966 Dateien, Scanstatus speichern. Das wollen wir jetzt nicht. Ich klicke das jetzt einfach mal an und sage jetzt auf Wiederherstellen. Und ich mache jetzt einfach mal hier einen neuen Ordner. Wiederherstellen. Und da speichere ich das jetzt drin. Und jetzt fängt er an, die Dateien, die er von der SD-Karte gefunden hat, die gelöscht waren, wiederherzustellen. Ja, das wird jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Dann würde ich jetzt hier auch wieder eine Pause machen. Ja, schade, ihr seht das gar nicht. Ich habe hier so einen Balken, das wird hier gerade gar nicht angezeigt. Und dann würde ich sagen, äh, mache ich jetzt hier mal kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der fertig ist mit Verarbeiten. So, jetzt ist das Programm auch fertig. Ich muss dafür nochmal umschalten, damit ihr das seht. Achso, das seht ihr jetzt gar nicht. Hier steht jetzt, äh, habe ich da eigentlich noch ein Feld drüber. Rettung abgeschlossen. Dann kann ich das zu Facebook, Twitter und Google Plus teilen. Da sage ich jetzt, okay. Dann können wir das Programm auch speichern. Dann öffne ich jetzt hier noch. Ich speichere das mal, was er jetzt hier erreicht hat. So, und dann sind wir jetzt auch hier. So, genau. Warte mal. So, den Ordner hat er angelegt. Und da ist das Ergebnis vom Scan. Ex-FAT. Ja, und so ist der Ordner eigentlich auf der SD-Karte, privat. Dann AVCD, BD, so, und dann haben wir hier Clip. Genau, das sind die Dateien, Playliste, das sind halt auch. So, Stream. Und hier sehen wir dann die Videos. Und wenn ich jetzt hier mal das Video öffne. Das macht sich nicht gut. Ja, das ist das Video, wo wir shoppen. Funktioniert auch. Da seht ihr auch hier unten, seht ihr das praktisch. Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil, weil nach 10 Minuten, wo steht das? Hier nach 10 Minuten 39, liegt die Kamera immer automatisch eine neue Datei an. Also praktisch, das habe ich am Stück gedreht. Aber die Kamera liegt dann halt immer nach 10 Minuten 39 eine neue Datei an. Dann ist das, wo Oder Havel mir das geschenkt hat, sind wirklich alle Dateien vorhanden. Wenn ich jetzt hier, nee, so, Eigenschaften, 23,8 Gigawatt, jo. Das ist genau das, was ich auch gelöscht hatte, weil ich habe die Karte kurz vorher gelöscht gehabt. Ja, also der kann schon Sachen wiederherstellen. Ich denke mal, das wird wie bei den meisten Recovery-Programmen sein. Und ich finde es gut, dass ich jetzt so ein Programm habe, weil letztens musste ich zum Kumpel meine Festplatte, weil ich aus Versehen meine interne Festplatte gelöscht habe. Ich habe mich verklickt. Ich wollte die SD-Karte löschen und habe dann aus Versehen die Festplatte gelöscht. Und da waren alle Intros, Thumbnails, meine ganzen Daten, alles war weg. Dann bin ich zum Kumpel und der hat, also ich habe sie ausgebaut, bin zum Kumpel und der hat dann ein Recovery-Programm rübergejagt, dass ich alles wiederherstellen kann. Jetzt ist sie da. Jetzt habe ich mein eigenes Recovery-Programm, da bin ich schon auf der sicheren Seite. Es wird natürlich so sein, dass wenn man aus Versehen seine Festplatte, SD-Karte gelöscht hat, aber gleichzeitig wieder Sachen drauf spielt, nehmen die natürlich auch Platz weg. Und dadurch können einige Sachen dann logischerweise nicht mehr komplett oder gar nicht mehr hergestellt werden. Also wenn ihr das auch so einen Fehler gemacht habt, ihr habt aus Versehen, was ihr löscht, was ihr nicht löschen wollt, sofort die SD-Karte rausnehmen, die Festplatte ausbauen, irgendwas. Oder nee, Festplatte braucht ihr nicht ausbauen, aber dann gleich dieses Programm drüberjagen, weil sobald ihr dann wieder speichert auf diesem Datenträger, kann man natürlich einzelne Sachen wieder nicht wiederherstellen. Das ist halt die Natur der Dinge. So, das soll es jetzt auch für dieses Video gewesen sein. Also ich bin der Meinung, das Programm ist schnell, hat alles wiederhergestellt. Ich bin echt begeistert. Ich werde damit auch noch weiterarbeiten und testen. Wie gesagt, ihr könnt das gewinnen. Ich habe 10 Codes davon zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde hier auch irgendwo Werbung machen, weil ich den Code ja gratis zur Verfügung gestellt bekommen habe, um dieses Video zu machen. Und 10 Codes geschenkt bekommen habe, um sie zu verlosen für euch. Was ihr machen müsst, abonniert mich, gebt dem Video einen Daumen hoch und unten in den Kommentaren schreibt bitte eine Nachricht. Und ich möchte gewinnen oder ich finde das Programm toll oder irgendwas. Hauptsache, ihr schreibt was drin, außer Beleidigung. Die lösche ich sofort. Die werden auch vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Logischerweise. Ich werde jetzt hier irgendwo noch den Abonnierknopf machen. Da könnt ihr dann einfach Abonnieren draufdrücken. Ich werde auch noch so ein paar Videos machen, die vielleicht für euch noch interessant sind. Checkt auch mal die Infokarte aus. Ne, die ist da oben, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwo links oder rechts ist da die Infokarte. Da müsst ihr mal gucken. Da könnt ihr auch mal gucken, was da für Videos für euch bereitstehen. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Wir sehen uns dann spätestens, denke ich mal, Freitag im Livestream. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Wir sehen uns spätestens. Vielen Dank.